So, dann gehen wir hier raus. Es ist nicht mehr weit. Wir haben es bald geschafft. Okay, dann haben wir einmal da. Auf der Seite. Auf der Seite ist doch irgendetwas. Dann gucken wir erstmal da hoch. Da oben nach. Da hoch. Gutes Deutsch. Weil ja, ist schön gesagt. Hahaha. Oh, hinter mir. Hahaha. Komm her, du. Durch die Wand. Dafür bin ich bekannt. Wow. Ach, das war herrlich. Gut reagiert. Und schon läuft alles wie geschmiert. Man. Bin ich in Pfeimelaune heute. Äh. Wow, das ist ein blauer Subin. Äh, wie komm ich denn da hoch? Hallo. Du musst mich ja schon herrlich. Ja. Achso. Da bist du drin. Was? Das hat er mich gezoffen. Ich glaub's nicht. Ja, damit. So, dann müssen wir hier wieder raus. Äh. Äh. Mir kommt es eigentlich so vor, als ob mir noch sehr viele von diesen Teilen fehlen. Aber, das kann eigentlich nicht sein, denn. Es ist nur noch ein Punkt auf der Karte. Oder ich muss einfach gleich noch in ein anderes Gebiet. Das kann natürlich auch sein. Kann ich da runter? Ja, kann ich. Äh. Okay. Ich muss auf jeden Fall da rein, irgendwie. Aber ich hab grad noch keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie komm ich denn da rein? Ach da! Wieso übersehe ich sowas? Kann mir das jemand sagen? Hä? Ja, danke. Wieso übersehe ich sowas? Hey! Du musst auch laufen. Ich dachte, es geht von alleine. So. Ja. Du kommst da nicht raus, irgendwie, ne? Irgendwo ein Stock hier in der Nähe. Na, fassen. Ey, da benutzen die zwei mal das gleiche Witzel. Ist das lame? What the fuck? Verdammt, was... Was soll das? Ich hab echt kein Lust, hier mit dir zusammen vor die Hunde zu gehen. Ich bin raus. Ich hoffe, die Lichtgeister, äh, diese Schattengeister, diese Schattenkäfer, die sind trotzdem kaputt. Ja, sie sind kaputt gegangen. Wow, da waren drei versteckt. Okay. Das ist okay. Puh, kannst du bei der Suche nicht etwas besser aufpassen? Diesen Stahlter hat ein Haus in die Luft gehen müssen. Den solltest du also besonders schätzen. Maul. Sonst Beule. Ähm, ja. Auf dieser Karte sehe ich nichts mehr. Deswegen denke ich mal, dass ich weiter nach... Dings gehen muss. Also, ich meine... Weiter nach... Hier hin. Muss ja, denke ich. Was anderes kann ich mir nicht erklären. Oh. Was ist das? Oh, ja, du schaust wohl auf. Aber wenn du weiter willst, zeig dir den Weg. Ah, ja. Wusste ich doch, dass ich weiter muss. So, lauschen. Mann, wieso muss ich hier bloß Wache schieben? Schließlich haben sich alle Leute angeklappt. Da kommt doch sowieso kein Mensch hoch. Und überhaupt, wenn die Ältesten ein Problem haben, sollen sie sich doch surcht von Menschen helfen lassen. Wieso eigentlich nicht? Ja, wieso eigentlich nicht? Schneller, Hase, schneller. Schneller, Hase, schneller. Wow, was seid ihr denn für welche? Nein. Viel zu einfach. Da ist noch so ein Viech. Aber keine Chance. Ähm... Oh. Ja, super. Danke. War doch nicht schwer. Oh, hier ist, äh, so ein... Lauschen. Okay, okay. Ja, ich hab's gecheckt. Äh, was muss ich zücken? Achso, okay. Wow, ist das laut. Nein, ich hab's verkackt. Okay, nochmal. Nein, ich war's total falsch. Warte, ich muss das nochmal machen. Okay. Mann. Das ist anders als Ocarina spielen. Jan, ich bitte euch. Bescheuert. Heulen. Danke. Das ist wirklich witzig. Ja, reicht ja. Komm. Schön. Du sollst eine der okkulten Küste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Cool. Äh, wo ist das denn? Ja. Okay. Hä? Ach, egal. Das mach ich irgendwann. Au. Ähm. Wo muss ich lang? Da lang. Äh, ich glaub, dieser Dampf zieht mir gar nichts ab, oder? Also glaub ich zumindest. Au. Nein. Zieht mir nichts ab. Also kann mir das eigentlich scheißegal sein. Ach, war das witzig. Feuerberg. Hm. Och, ihr schon wieder. Na dann kämpft. Au. Hey. Ich mach erst mal dich kaputt, weil an sich komm ich sowieso nicht dran. Ich bin ja nicht dumm, Junge. Aua. So, aua. So, wen mach ich als nächstes fertig? Wie viele sind's denn noch? Das sind noch drei. Also mach ich dich noch fertig? Dich? Okay, das müsste eigentlich reichen. Ja, dankeschön. So was finde ich viel später als zum Beispiel der erste Boss. Der erste Boss war ja ein Witz. Ich hab ja Bock eigentlich, mich zu teleportieren und erst mal diese okkulte Kunst zu erlernen. Aber wir machen das später. Erstmal will ich diese Käfer hier sammeln, weil das ist viel nerviger und Äh, ich geh falsch Schön, dass es jemand bemerkt hat